Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie wir Zitate nutzen können, um unsere Expertise zu zeigen. Lasst uns dazu zwei Trainerkollegen besuchen. Dies sind Anna und James. Anna und James arbeiten häufig zusammen und beschäftigen sich vor allem auch damit, gegenseitig die Qualität ihrer Arbeit zu sichern. Deshalb, wenn einer von ihnen eine Frage hat, ruft er den anderen an, um dann mit dem anderen gemeinsam Antworten zu finden. Heute sitzt Anna in ihrem Büro und schreibt einen Artikel. Natürlich weiß sie, dass sie eigentlich zitieren sollte, aber so ganz verstanden, warum, hat sie das auch nicht. Deshalb ruft sie James an und fragt James, wozu brauche ich eigentlich Zitate, James? James hat hier schon eine Antwort parat. Na klar, sagt er, denn es gibt das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. In § 13 ist die Anerkennung der Urheberschaft geregelt. Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen ist und welche Bezeichnung zu verwenden ist. Wichtig für den Umgang mit Quellen ist genau das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Doch so sieht das Büro von Anna aus. Anna hat ganz viele Bücher gelesen, ganz viele Zeitschriften gelesen und ganz viele Fachartikel gelesen und all das Wissen, das sie aus diesen Artikeln hat, soll jetzt in ihren Fachartikel eingehen. Deshalb fragt sie sich, reicht nicht einfach ein Literaturverzeichnis? Nein, sagt James, das reicht nicht. Warum denn nicht, fragt Anna. Naja, sagt James, lass es mir dir an einem Beispiel zeigen. Hier haben wir ein Beispiel mit einem Fachartikel. Das Beispiel ist entnommen aus Neulernen ist leichter als umlernen, über die Schwierigkeiten einer bildungsgewohnten Gruppe neue mediale Partizipationsformen aufzubauen. Er wurde veröffentlicht von Anna-Maria Kamin und Dorothee M. Meister in Medienpädagogik, Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung im Oktober 2011. Er wurde unter einer Creative Commons CC BY Lizenz veröffentlicht. Hierzu einer Passage von Seite 6. Insgesamt können wir hier vier Ansätze finden. Jetzt ist die spannende Frage, sind das die Gedanken von Kamin und Meister? Bei dem dritten können wir uns sicher sein, denn sie schreiben, bei der von uns untersuchten Gruppe handelt es sich um Personen. Bei den anderen wissen wir es nicht so genau. Deshalb werfen wir jetzt einen Blick in das Literaturverzeichnis. In diesem Literaturverzeichnis sind insgesamt 32 Quellen angegeben. Stell dir jetzt einmal vor, du müsstest versuchen, in diesen 32 Quellen genau diesen einen Punkt wiederzufinden. Ich glaube, das ist sehr herausfordernd. Deshalb wollen wir an jeder Stelle, wenn wir den Gedanken einer anderen Person verwenden, dies auch entsprechend kennzeichnen. Ich zeige dadurch Respekt anderen Autoren gegenüber. Ich sage auch, dieser Gedanke ist nicht von mir, sondern er ist von einem anderen Experten. Das heißt, ich hole hier ganz einfach andere Experten mit ins Boot, die dann meine Meinung unterstützen. Wenn ich ganz aktuelle Quellen verwende, dann zeige ich auch, dass ich auf dem neuesten Stand der Diskussion um dieses Thema bin. Aus den Ergebnissen anderer folgt meine Schlussfolgerung. Dies ist ganz wesentlich, denn so erhält meine Schlussfolgerung einen fundierten Hintergrund. Und ich lade den Leser ein, meine Gedanken nachzuprüfen. Anna, jetzt stell dir mal vor, welche Wirkung das auf Seiten der Teilnehmerinnen erzeugt. Hier haben wir eine von ihnen. Was sagt diese dazu? Oh, da schreibt ein Fachexperte. Die Autorin von diesem Artikel weiß wirklich genau, worum es geht. Ich kann die Gedanken nachvollziehen und vor allem, ich habe auch die Möglichkeit, es nachzuprüfen. Das macht für mich eine hohe Qualität aus. Schlussendlich vertraue ich dieser Meinung und deshalb möchte ich auch an dieser Stelle weiterlesen. Jetzt hat Anna ein Problem, denn Anna weiß nicht, wie sie von ihrem Chaos hin zu einem geordneten Umgang mit den Quellen hinkommen soll. Dafür habe ich für dich eine Antwort, Anna. Ich kennzeichne in meinen eigenen Texten, von wem ich Aussagen übernommen habe und welche davon in meine eigene Darstellung eingeflossen sind. Durch die Art und Weise, wie ich die Quellen wiedergebe, zeige ich auch, wie sie genau in meinen Gedankengang eingeflossen sind. Ich zeige, wie ich sie übernommen habe, nämlich entweder durch ein direktes Zitat, in dem ich die Quelle wortwörtlich wiedergebe, oder durch ein indirektes Zitat, in dem ich die Formulierung und die Darstellung in meinen eigenen Worten wiedergebe. Ich ordne die Gedanken an Ort und stelle ihrem Urheber zu, so dass sie für eine andere Person auffindbar werden. Das sieht dann wie folgt aus. Hier ist wieder der Originalabschnitt aus dem Artikel von Carmen und Meister auf Seite 6. Dort, wo vorhin die Auslassungen gekennzeichnet waren, habe ich jetzt, wie im Originaltext, die Quellenangaben wieder eingefügt. Damit reduziert sich das Literaturverzeichnis mit seinen 32 Quellenangaben für die erste Aussage auf vier Quellen. Für die zweite Aussage auf genau eine Quelle. Und für die dritte Aussage auch. Und das macht das Nachvollziehen dieser Gedanken einfach. Ich weiß jetzt genau, wo ich nachschlagen muss. Wie zitiere ich eigentlich? In einem direkten Zitat gebe ich den Text wortwörtlich wieder. Dies ist ein Beispiel. Das direkte Zitat wird gekennzeichnet durch die Gänsefüßchen und es gibt genau die Formatierung des originalen Textes wieder. Hier ist er kursiv gedruckt, da dieses Zitat aus der Einführung in den eigentlichen Artikel entnommen wurde. Ich kann auch durch ein indirektes Zitat zitieren. Das zeige ich an der Passage auf Seite 6 aus dem ursprünglichen Artikel. Hier schreiben Carmen und Meister über ihre eigene Arbeit. Bei der von uns untersuchten Gruppe handelt es sich um Personen im Alter von 36 bis 64 Jahren mit dem Altersschwerpunkt bei denen um die 50-Jährigen. Und hier folgt das indirekte Zitat, das ich hier rot hervorgehoben habe. Diese bezeichnet Prensky als Digital Immigrants, eben dieser 2001, welche die digitalen Informationstechnologien erst im Erwachsenenalter kennengelernt haben und neue Medienpraktiken erst neu erlernen müssen. Indirekte Zitate werden ohne Gänsefüßchen direkt in den Text eingebaut. Hier einige Regeln für direkte Zitate. Im Original übernommene Aussagen werden als solche durch ein direktes Zitat gekennzeichnet, mit den Anführungszeichen und der Quellenangabe, die direkt dahinter oder davor kommt. Wenn möglich, gebe ich hier einen Seitenverweis, was das Nachschlagen vereinfacht. Auslassungen werden durch eckige Klammern gekennzeichnet, genauso grammatikalische Veränderungen durch die Einpassung in den Text. Diese kommen in eckige Klammern. Fehler, die im Original enthalten sind, werden durch Klammer auf SIG Ausrufezeichenklammer zu markiert. SIG steht für lateinisch so. Und Hervorhebungen, die ich als Zitierender vornehme, weil ich etwas Besonderes kennzeichnen möchte, werden durch runde Klammern und Hervorhebungen durch den Vorfasser gekennzeichnet. Wie sieht es bei indirekten Zitaten aus? Indirekte Zitate werden in eigenen Worten wiedergegeben und die Originalformulierung, die ich dort übernehme, werde ich als direktes Zitat kennzeichnen. Der Urheber der Gedanken wird klar hervorgehoben, zum Beispiel, Kamin und Meister 2011 stellen fest oder aber das indirekte Zitat und dann die Quellenangabe dahinter. Anna, beachte! Unterschiedliche Disziplinen haben unterschiedliche Stile. Wähle doch deinen eigenen, denn dadurch kannst du dich ausdrücken. Herzlichen Dank an Anna und James. Mit James letzten Worten möchte ich jetzt dieses Video abschließen. Wähle deinen eigenen Stil und beachte, dass du jeden Gedanken eines anderen Autors durch eine Quellenangabe direkt im Text hervorhebst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.